Ah! Ah! Hallo! Ich lege! Hallo! Damit fühle ich mich jetzt sehr angegriffen! Das war jetzt nicht so toll! Ich weiß! Los geht's! Gehen die Fässer in die Luft oder? Oh bitte! Boom! Ist der der König oder? König Cooper sitzt da! Ja? Da sitzt ein König! Der detektiv möchte eine Waffe! Der Dreck sagt... Der Detektiv möchte eine Waffe. Was machst du denn mit dem König? Keine Ahnung, ist so laggy, ich erkenne nichts. Lass ihn doch bitte auf seinem Thron. Nein, ich muss ihn rüber ins andere Schloss bringen. Er laggt aber eigentlich nicht so. Nee, er laggt überhaupt nicht. Nee, kaum. Ja. Fallschaden. Wie der Typ aussieht, wie er einfach nur mit Standbildern besteht. Alter. Wow, jetzt geht's gar nicht mehr. Komm nicht um die Wand. Was machst du denn da mit dem König? Wo ist der König hin? Ich hab ihn in die Lava geworfen. Jetzt wird er riesengroß, hör auf! Oh, Alter, ich hab's auch wieder... Man weiß doch, wenn man König Koopa in die Lava stößt, dann wird er doch riesengroß in der Regel. Ich hab' ich erfahren, ob du nicht geschossen hast, Korne. Ich hab' nicht auf dich geschossen. Ich war das wirklich nicht. Du fährst jetzt geschossen. Das war schon Korne. Ich hab' aufs Fass geschossen. Aber doch. Du hast mir einfach in Frieden, ey. Jetzt habt ihr alle gehört, wir haben so einen Wandalismus gemacht. Ein Wandalismus. Ich bin jetzt der neue König, setz mich jetzt auf'n Thron. Ach ja, Stefan? Du bist nicht der König! Au, schieß mich doch nicht an! Da bin ich ans Feuer gelaufen. Stefan, wer bezahltest den Computer? Ich will gucken, was du da für ne Waffe hast. Das sah mir verdächtig aus. Aber er ist nicht verdächtig. Du bist so am laggen, boah. Ist es auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo du stehst. Jemand ist tot. Mafe, wieso hast du das denn gerade reingeschossen? Ricky ist es! Ich hab' da keine Verlaufe reingeschossen. Was, was, was? Du warst es nicht, du warst es nicht. Okay, du warst es nicht. Wer war das dann? Was ist denn passiert? Er hat auf mich geschossen. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Ich bin Detective. Mafe war noch. Na, 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 schon wieder, schon wieder. Das ist hier? Das ist doch Ricky gewesen. Das ist doch Ricky gewesen. Wer schießt denn da? Mafe! 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 Ha? Da war noch einer? Cornel? Wieso schießt du auf eine Detective? Boah. Ja weil du auf mich geschossen hast? Aber ich bin eine Detective. Es ist einfach so sehr am legen, ich kann nicht treffen. Da würde ich jetzt auch sein. Ich möchte mal anmerken, dass ich immer noch cool auf meinem Thron sitze, obwohl ich tot bin. Ey, ich hab dich gemessert. Das ist voll schlau, oder? Du willst mich messern. Ich hab' dich gemessert! Der hat sein Messer rausgeholt. Doch. Der hat sein Messer aus der Hose geholt. Warum steht in dieser topmodernen Burg eigentlich so ein Schreibtisch mit PC? Das ist eine gute Frage. Wie passt das ins Wartor-Universum? Wie viele Tasten auf der Tastatur? Ich habe schon wieder keine Waffe. Das gibt es doch nicht. Moment, ich will mir die Tastatur mal genauer anschauen. Detective. Wow. Innocent. Entschuldigung. Helmer. Was zur Hölle? Hast du gerade den König da runtergeschmissen? Nein, habe ich nicht. Darf ich erfahren, warum du den Detective getötet? Gott, du bist es. Nein, ich bin es nicht. Warum wirfst du ein Fass neben mich und jagst es in die Luft? Okay. Aua, aua. Ricky ist schon mal nicht. Es ist der andere. Ich bin innocent. Also ich kann hier schön die Zeit verbringen. Den auch gar nicht. Ich sehe ihn absolut nicht. Lebt keiner mehr? Du lebst noch. Du bist der Traitor. Hm. Komm mal rüber. Was heißt denn rüber? Ach, da bist du schon. Wow, 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 wow. Ganz vorsichtig, Freundchen. Wow. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Das kann man regeln. Kann es sein, dass du nach oben gegangen bist? Nee. Nein? Okay. Dann gehe ich da nicht hin. Ah! Wieso schießen du mit der Shotgun auf mich? Was soll ich denn tun? Ich hab nichts Der trifft mich sogar, verdammt Der ist zu dunkel, ich seh da gar nichts Oh, das war eng Das war eng Stop Ich kann kaufen Das ist gewagt Aber wir tun's Wow, warum ist das well? Hör auf Kegi Was denn? Wo bist du? Ich weiß nicht Kommst du rüber? Ich hab mich mit den Schatten vereint Ah, leck Wenn ich das nicht so geleckt hätte, hätte ich dich schon engst abgeschossen Scheiße Komm raus, komm raus Keine Munition mehr gehabt Ich hatte dich ja gar nicht gesehen Ja, ich war im gleichen Raum wie du Ich hab mich in die Ecke gestellt, gewartet Auf jemanden kommt, es war so sehr dunkel Nein Werden eigentlich die Fässer neben mich In die Luft gejagt Ich Ein Tipp für alle mal ganz kurz Auf F gibt es eine Taschenlampe für dunkle Orte Ach was Ja Ich wollt's nur mal sagen, weil scheinbar weiß das keiner von euch Das war irgendwie Ne? Ich wollte die Fässer nur entfernen Ich hab einfach nur gesagt, Kordel ist es und Stefan hat dich dann angegriffen Ja, ne, ich hab Kordel gesehen, wie er das Fass zu mir hingeworfen hat und ich hab gesehen, dass vorher durch ne Explosion der Dreamstar gestorben ist Ja, durch ne Explosion, du sagst das Ja, ne, komm, so geht das einfach nicht Ja, und dann dürft ihr Fass zu mir hin, um es in die Luft zu jagen Ich bin detektiv, Alter, also haltet euch fern von mir Warum? Ja, ich kann nicht ja killen, ich darf nicht ja killen jetzt, ja Scheiße Ich befehle euch, macht die Fässer kaputt Ich, ich eskortiere den, den König Wow, gar keine Waffe Ich empfehle euch, äh, ich, äh, ich, äh, was sag ich, ich, äh, befehle euch Wer geht da oben hoch? Oh, dass ihr die Fässer kaputt macht, ich bin ja die Sektiv Ja, es tut mir leid, das zu sagen, aber wie es aussieht, haben wir Vollo verloren Da ist einer in den Keller gesprungen und ich glaube, der hat Schaden bekommen Oh, Kornel, du bist das Ja, ich bin da unten ein Blutfleck Was machen wir mit Vollo? Ich hab keine Waffe Cool Hey, was machen wir mit Vollo? Wieso ist Vollo tot? Kröste ihn mal ein bisschen Wieso ist er tot? Oh, ne, hallo Wer hat ihn denn getötet? Keine Ahnung, ich hab eine Leiche da drin gesehen im Thronsaal Ich hab keine Waffe Moment Ich bin kein Traitor Ah, ich bin roter, ja, dann weiß ich auch nicht Stefan, wie ich dir helfen soll Hä? Wer ist Stefan? Vertrau mir doch Was ist mit Stefan? Ich mag dieses Stefans nicht Pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir Was? Boah, wenn es halt nicht so laggy wäre Ich weiß halt nicht, wo ich bis Die Stadu ist auf meiner Seite Wieso ist jetzt Ricky gestorben? Tut mir leid Ich hoffe, ich hab dich nicht getötet Hey, Mafe Ist gerade relativ wenig Ja Okay, ein Mojiva-Traitor Oh mein Gott Wo seid ihr? Du musst dich verlaufen Warum hab ich hin? Nein Ich hab mich nicht verlaufen Ich komm in die Tür auf Was macht ihr da? Ich sitze fest Kriegi ist tot Wo ist der Mafe? Ich will Na, Conan Liebst du noch Was ist das für eine Scheiße? Bist du Traitor? Ja, klar Dann geh ich hier Dann geh ich Mafe suchen Bitte Wo ist er denn? Ja, auf der anderen Seite wahrscheinlich Ich halte hier die Stellung Echt? Mach das Aber ich hab nix Wo bist du denn? Sag ich denn ich Komm, wir haben einen Radar Da ist Mafe Ich schieß ihn ab, ne? Krieg weg! Hey Mafe, du bist es doch Boah, ich treff ihn nicht Ja, warum nicht? Ah, jetzt ist er tot Ah, du bist du Traitor Was? Oh, meine Waffe ist mehr Nee Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin so ne Mist, Bruder Gleich ist er tot Sie ist er? Ja, hallo Guck mich an Nein Ach, Mann, Korne Das konntest du gar nicht mehr verlieren eigentlich Er hat sich fast selbst umgebracht Ich bin dreimal runtergebracht Ich wollte was richtig cooles machen, Sabatnik War auch gut Ich wollte mich hinter dich teleportieren, aber ich bin mir dem Teleporter noch nicht so vertraut Okay Ich hab den noch nie verwendet Soll ich vielleicht mal machen Der ist eigentlich ganz cool Ja, ich hatte meinen Teleporterpunkt genau hinter Dreamster, aber Mit dem Gegenwarrieren Wo ist das fast? Ich bin Detective, mir kann keiner was Ich bin Gott Sagst du, also dann kommt Korne und springt schon in die Luft Dreamster? Du bist Traitor, oder? Nein Du bist ein bisschen Traitor? Hey, du bist ein bisschen Traitor? So ist es eigentlich, wenn man Tab drückt, wird alles schwarz Nein, das ist nur blurry der Hintergrund Das ist ein neues Feature Das findest du blurry, ist aber sehr blurry Wird's blurry Bist du gerade im Traitor-Shop, oder warum bist du so lange stehen geblieben? Hallo Korne Bitte Wenn's funktioniert, sieht's cool aus Fast bin ich runtergefallen Vielleicht solltet ihr mal euer Betriebssystem aktualisieren Was hast du denn für ein Ich hab schon Windows 89 Oh mein Gott Wie's heißt Ich hab ne Vermutung Ich trau mich nicht runter zu klettern Alter Weiter hab ich die Brücke überquert Wooh, geschafft Der wird zehnmal hier runtergeklettert Hey Vicky, schick die Mütze Gerade wenn sie sich mal in den Kopf schießen würde, oder nicht Bremster, was machst du hier? Wenn ich tot bin, ist es morgen Oh, ich bin angebrannt Hey, ich beschütze dich Okay Ich bin die Waffe aus meinem Hinterteil Hey, weißt du was? Das wird mir zu gruselig Ich glaub, die anderen sind tot Kaufe mal ein Radar, Vicky Könnte ich mal machen Äh Das heißt irgendwas mit Radar Oben Ada Da oben ist einer auf jeden Fall Das ist der Vollo Der Vollo, warum kichert der so? Vielleicht kann ich ihn überprüfen Wann der Nuss Fuck Und da unten ist noch einer unter uns Und Du bist so eine Sau Und jetzt guckt euch das an Guckt euch das an Äh Rein Wieso? Die lebt ja noch alle Aber ich wollte zum ersten Mal Keine Fallschade bekommen, wenn ich da runterkletter Dass du bist so eine Sau Hättest du nicht mehr sagen dürfen Korn ist ja sehr, sehr streckt bei den Regeln Ja Wenn man tot ist, dann sollte man auch tot sein Ich hatte erst gedacht, dass es Vollo ist, weil er so lange stehen geblieben ist vorne Ja, ich dachte, ich warte, bis ich der Letzte bin und dann die Traitor so schön abknalle Hab ich mir so vorgestellt Das Vollo ist erst da oben, kichert sich so heimlich einen ab War schon ein bisschen verdächtig Ja, ich kann... Maeve und Kegi Ja Das war ein schönes Mal, wenn man weitergelebt Ach komm Ich bin da runter Kann ich auch eine Waffe haben? Ich komme nicht mehr runter Okay, ich habe eine Pistole Ich habe schon mal eine Pistole Kann ich trotzdem eine Waffe haben? Wo sind die ganzen Waffen hier? Gibt keine Hab Fall Damage bekommen Wo willst du überhaupt Waffen? Hast du Angst davor, deine Probleme mit Worten zu lösen oder was? Okay Langlebe, Amerika Langlebe, Amerikanen Ich bin eine lange Mutter Langlebe, der König Von zum Malbrust 1 Der König Hey, kann man ja runter Suche eine Waffe Wenn ich da will, ist es Stefan Mach schon mal jemand unten Ja, aber ich suche eine vernünftige Waffe Ah, ich war schon mal unten Ich bin gerade ganz überrascht Ey, guck mal Wer braucht eine Waffe? Wer hat sich selber getötet? Ey Ey, Kollege Pst Wollo, hinter dir Ey, Riki war Traitor Wieso bist du verwundet, Cornel? Weil du kennst nicht, was war es Okay, darfst nicht reden, aber Das war echt nicht clever Ey, ist jemand tot Jetzt erzähl ich dir gleich Hier kann man es auch raus Wolle oder Dreamster Fuck, oder Wollo oder Cornel Wer ist ein Detective? Ey, wie nimmt man eigentlich? Ich bin Detective Ich glaube, wir müssen wieder den Hausgang finden Ich bin innocent Ich bin im Namen Ach, es geht Stefan, wie kannst du denn seine Unschuld beweisen? Ich habe Riki getötet, weil er auf mich geschossen hat Und er ist straight da Okay Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, Cornel Glaub dir Wir nehmen die zwei die unten Bei dir steht crude dran und du bist verwundet Was heißt denn crude? Weiß ich nicht, aber ich suche nichts Gutes So ein Affe, ey Das bedeutet schlecht Das weißt du doch gar nicht Nicht vertrauen Das hat Mock nämlich auch da stehen Und dem kann man nicht vertrauen Na bitte, was? Und der ist sogar schwer verwundet Entschuldigung, ich habe Riki getötet Der hat auf mich geschossen Ja, aber was war Riki? Der drückt ab und dann klickt auf Riki Nein Hat der ihn jetzt getötet? Er ist ja runtergefangen und gestorben Ah Ach krass Ist er jetzt tot? Ey, ich weiß ja echt nicht, es wurde euch anzufangen gerade Was ist denn jetzt? Haben wir schon einen toten Traitor? Ja, haben wir Riki 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 getötet Riki, das geht ja wohl nicht Dann sage ich, als lange dauert Dreamstar Ja, tut mir leid, dass ich immer verdächtigt werde Ja, aber es dauert echt lange Ja Wo ist er denn? Da ist Dreamstar Wollen wir töten? Ja, ich bin der Freundin, der macht er Ich habe nichts getan Ey, alter Wollo, piss da Ey, ohne Mist Ich habe da so ein Gefühl Ich habe da ein Gefühl für Du hast nie ein Gefühl Ich konnte ja nicht gewinnen Und mit diesem schönen Gefühl von Wollo Und wieder mal jede Menge ungelösten Streitereien Zwischen Wollo und Dreamstar Beenden wir diesen Part Meine wenigen Freunde Gute Nacht Tschüss Guten Abend Bb Ciao Tschüss